stell dich doch mal an viel besser immer noch ein ganz gotten speicher punkt wie schön aber hinten jemand das ist was sie gesagt Passt auf, was hinter euch ist, Leute! Ein feindlicher Speer! Lasst ihn nicht in Kommen! Ich bin zehn Jahre gequettet! Passt auf! Lasst ihn nicht in Kommen! Na, komm raus! Komm schon! Dieses Wackeln ab und zu ist übrigens, das ist keine Absicht meinerseits, sondern es ist immer, wenn so ein Windstoß kommt, dann verreißt es die Kamera. Achso, die Kamera, die Ansicht. Wow! 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 Also es reichen definitiv zwei Kopfschüsse mit dem Revolver. Einen um die Gasmaske im Kopf zu schießen und der zweite ist dann tödlich. Das ist schon mal gut zu wissen. Boah, aber die Filter gehen schnell zur Neiger. Du willst nichts von mir, oder? Okay, 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 okay. Dass man hört, dass er schon wieder ganz schön schwer atmet. Das heißt, er muss schon wieder gleich den Filter wechseln. Und ich finde schon, dass das verdammt schnell geht. Shit, wie komme ich denn da drüber? Da hinten oder so? Da, wie gesagt. Ich finde echt, dass das verdammt schnell geht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da spieltechnisch irgendwas dran ändern kann. Also vielleicht durch nicht rumrennen und so. Vielleicht braucht er sie dadurch langsamer, aber... Tja, keine Ahnung. Okay, also ich denke, hier ins Wasser darf ich ja wohl nicht. Wie komme ich denn dann da drüber? Oh, oh, oh. Oh, da darf man echt nicht nah ran. Hier vielleicht. Na komm, lass mich da wieder hoch. Hallo? Wo muss ich denn hin, verdammt? Irgendwie muss ich da rüber. Hier vielleicht. Ja, aber da komme ich. Da komme ich ja wohl auch nicht drüber, oder? Darf ich definitiv nicht näher ran. Komme ich da hinten durch? Ich verstehe es gerade nicht. Hier komme ich doch auch nicht durch, oder? Nee. Hm. Ja, dann gibt es ja eigentlich nur einen Weg. Also, keinen Weg. Wo muss ich da lang? Kann das sein? Dass ich da einmal ganz außenrum muss? Aber wie komme ich hier drüber? Vielleicht durch das Gebäude? Kann das sein? Ich bin gerade echt überfragt. Au, 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 au. Hallo? Darf ich... Kann man irgendwo drüber klettern? Also, ich hätte gesagt, es geht hier irgendwo durch, aber da ist keine Leiter, da ist nix. Da hinten ist auch nix. Da ist auch nix. Aber ich sehe nix. Diese scheiß Maske. Hier ist halt auch nix. Wie soll ich denn da rüber kommen? Hä, wo zeigt denn der Pfeil da jetzt hin? Muss man da runter? Ach, da kann man runter. Gut, soviel dazu. Was hat so lange gedauert? Wo ist Pavel? Hat er... Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur Paulus auf dich warten. Na, alles klar. Da muss ich jetzt aber... Da muss ich jetzt aber nicht probieren durchzu... Ui, 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 ui. Sei es... Wie geht es deiner Familie? Sie fern mit ihren Vater. Und deine? Ich weiß nicht. Hab sie seit Wochen nicht gesehen. Und jetzt hängen wir hier fest. Ja. Na, wer braucht das alles schon? Aha. Und... Klappe halten. Was ist das? Ach, das ist ein Scheinwerfer. Ich dachte, das ist eine Anomalie oder sowas, die mich hier jetzt anleuchtet. Boah, was schießt hier? Ja, man legt seine Granaten immer direkt neben das Feuer, damit sie schön warm bleiben. Gute Idee. Sehr gute Idee. Boah, fuck. Fuck. Da kommt, glaube ich, echt viel. Kommt schon. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Abknallen! Du bist der Lenni, Schmiedskerl! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Runter! Bereit machen, Leute! Da kommen Besucher! Hm, ich bin... Geh nachschauen! Ich gebe dir Deku! Ich bin kein Nahrer! Du gehst besser! Ich gebe dir Deku! Ach, Meme! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Keine Sorge! Hier wird... ... ... ... Oh, fuck! ... ... Sinn. Oh, oh. Sag mal, wo? Ach du Scheiße. Okay. Einer. Lauf! Bewegung, Leute! Wir haben hier einen Verdammt! Zwei. Drei. Ah! Vier. Boah, da ist echt was los. Fünf. Was ist das? Oh. 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 Ich fürchte schon. Es klingt hier sehr nach Generator. Das ist schon mal gut. Okay. Das war's. Ist nur ein Generator, oder? Ah, okay. Jetzt bin ich hier, okay. Also wahrscheinlich muss ich jetzt da runter, ja. Jetzt laden wir mal kurz die Taschenlampe herauf. Ich wird schon wieder schwach. Und weiter geht die lustige Reise. Wo sind denn die? Sind die da unten? Die sind bestimmt da unten. Ist ja gut. Das gefällt mir sowas von gar nicht. Dann gehen wir mal kurz. Jetzt bin ich sie gut gemacht. Tsch realise. Dann gehen wir mal kurz.